Ja, wir haben die Vermutung, weil er so ein bisschen etwas weicheren Schiss hat, dass da noch Backen-Zähne kommen. Alter. Ja, das ist ein Anzeichen dafür, dass er in die Zähne kriegt. Alles gut. Ich finde es bloß lustig, dass wenn du da bist, dass es irgendwie fast jedes Mal um Scheiße geht. Sagen wir mal, bei mir dreht es sich aktuell nicht um viel mehr. Wie lange kann ich schlafen? Glückwunsch, Timmy's Leben besteht aus Scheiße. Ja, richtig. Wie lange darf ich schlafen? Wie hat der geschissen? Wie sehr stinkt das? Wer muss die nächste Pampers machen? Selbst mal live. Schirrisch ein Papier. Und abends schläft er rechtzeitig ein, dass ich ungestört United spielen kann mit euch. Das sind die wichtigen Fragen des Lebens. Das sind die wichtigen Dinge im Leben, genau. Aber ja, aktuell dreht sich sehr viel um Scheiße bei mir. Es tut mir leid für dich. Ich sag mal so, ich hab's mir schlimmer vorgestellt, ehrlich gesagt. Ich hab immer gesagt, ich werde nie Windeln wechseln. Aber das ist, da weckst du halt einfach so ein, ne? Machst du einfach so. Ist halt... Ich hab's mir ekliger vorgestellt, aber bei deinem eigenen Kind ist es anscheinend nicht so ekelhaft. Was macht dieser Samen da? Ich kann jetzt nichts sagen. Und sonst so, wie war euer Tag? Nicht so beschissen wie da noch. Konjunktiv. Wir sind die Lehrer und man hört auf den Sack gegangen. Ich glaub, sie hasst uns jetzt. Ist keiner auf den Sack gegangen. Nicht mal André? Nö. Was? Was ist denn da los? Ich bin keine Google. Ich hab ne ziemlich hohe Hemmschwelle, als dass ich gelernt habe. Ich merke manchmal nix davon. Oh. Das heißt, du bist so sehr schlimm, André. Oh. Ähm. Stürzte Fotze. Nein. Nein. Kann man mir mal sagen, was die alle oben machen? Keine Ahnung, wir hatten nur Wunona. Alter. Besser für uns. Ich klau den mal. Oh scheiße, Betrug. Zumindest total, dass du da bist, dass wir mit fünf fähigen Leuten spielen können. Oh, oh, oh. So was höre ich doch gerne. Auch wenn ich weiß, dass Ironie ist, weil fähig bin ich. Ich bin alles andere als fähig. Nein, 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 nein. Mach doch was. Steh doch nicht so dumm da, Alter. Offener Jubiläumsfinale in allen Abteilungen 39%, 111 Jahre Möbeltrauch. Ach, ich bin echt. Ja, da habe ich jetzt direkt von meiner Nase hier. Boah, das war schlimm, ey. Da haben die, wir haben ja so eine kleine Seitenstraße und auf dem Park, echt auf dem Schotterpark, da ist so ein Riesenaufsteller mit so einem Plakat. Aber ich weiß auch nicht, warum sie hier in die Seitenstraße, da flakaziert keine Sau, außer unsere Nachbarn. Aber da haben die dann den Laschet in Großbildaufgang, ey. Was meinst du, wie ich mich erschreckt habe, wo ich rauchen gegangen bin? Ey, das ist mir super. Scheiße, alter Mann, oder was? Gestern war ein guter Tag, weil Laschet ist bei seinen Arzt zurückgetreten. Ist so. Echt? Das hat mir meinen Mondtag erhält. Ich habe gestern gar nicht nach, ich bin so, ah, ganz ehrlich, ich glaube auch die, hätten sie den Söder oder irgendetwas hat er im Gesetz. Ich finde den Laschet so unsympathisch. Ja komm, ja komm. Und ich glaube, deswegen haben die auch so viele, so viele Prozent mitunter eingebüßt, also zusätzlich zu allem. Ähm, hätten sie mal Philipp Amthor als Kanzlerkandidat aufgestellt. Okay, dann hätte auch keiner gewählt, aber es ist witzig, bitte. Ey, du Kek, gib ab. Los, gib ab. Bitte. Ich will den Söder noch machen, Leute. Ja, ich bin alleine. Mach's doch alleine, wenn du unten alleine bist, ist doch egal. Aber Tascha, geh du mit runter, genau. Na, Papa, jetzt mal die Switch an. Warum laufe ich immer gegen Wände? Das kann ich eigentlich. So, drei Kills schickt die fetten Hohensöhne, frotz der Viecher. Ich will komm wieder hoch, ne? Alles gut. Ich habe geholfen, jetzt bin ich wieder auf dem Weg. Systemupdate. Aber wir haben ein bisschen Quality-of-Life-Changes gemacht. Ich habe so eine neue Hände, aber ich gebe dir auch schon mal auf. Ich erinnere dich, dass alles eine Mal, Tascha. Diese neuen können sehr viel bringen. Das stimmt. Dieser Floor hat keinen Bock mehr, oder? Ah. Scheiße. Ich bin tot. Also, ich bin hier unten mal auf dem Punkt natürlich alleine so. Ja, alles gut. Die machen das oben schon. Sind die gerade alle bei euch? Ja. Die sind alle auf einer Lane. Leicht. Aber ich komme jetzt auch gleich hoch und ultra rein. Ich schmuggel mich mal ein bisschen. Oh man, oh man, oh man. Ich bin schon alle bei euch so. Scheißdreck. Dreadnarr kommt, ich gehe schon mal runter. Scheiße, bin doch tot. Boah. Korre, geh zu. Dreadnarr. Moment. Dreadnarr kommt, ich guck sie doch ab. Ja, wo ist die fucking Herr? Ach, das ist quasi. Ja, den brech ich jetzt oben durch. Joran, fein! Boah. Ja, da ist die Spiezerflor. Besser posto. Der letzte Attack König bei Unite echt viele Updacks baut, ne? Oder meine ich doch nicht. Ja, doch. Aber einige. Okay, go. Der geht hoch? Ich geh nach oben. Okay. Wie? Wo bist du? Ich bin tot. Okay. Cora, warte, warte, warte. Ne, bleib stehen, bleib stehen, komm mal zu dir. Scheiß auf den Endpunkt. Hast du Ult? Nein. Okay. Habe ich in der Mitte verbraucht. Hold up. Ich komme. Habe ich in der Mitte verbraucht. 3, 2, 1. Fiss dich, du Unsohn. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Warte, ich habe einfach mit 6 Medaillen abgegriffen, ne? Was ist das? Bitte, was ist das? Ich bin tot. Okay, bei. Es geht weiter. Sphär.